so herzlich willkommen beim dritten video diesmal mit effekten hatte ich ja versprochen und zwar wir nehmen zwei effekte und wir reduzieren mal die materialien mit denen wir hier lang laufen auf insgesamt vier stück plus bonus der ist mir nämlich noch gekommen und zwar als effekte gibt es einmal ein reverb und ein delay das delay ist 250 millisekunden lang und als zweiten effekt nehmen wir einen hall den größten den ich hier habe jetzt habe ich bloß vergessen oder city anzumachen aber das sollte sofort da sein und jetzt mache ich das eine an und das andere aus und schon kann es losgehen so 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 ich wäre für meinen Teil beim Ende angekommen und jetzt möchte ich noch alle bitten also vielen Dank erstmal dass ihr euch bis zum Schluss durchgehalten habt und falls euch auch das Video gefallen hat lasst einen Daumen da oder ein Abo und ja ich wünsche euch ein heiteres Nachbauen